Die Corona-Pandemie ist zu Ende, doch für Eva Herzig ist das Leben nicht wieder zur Normalität zurückgekehrt. Die Grazer Schauspielerin hatte bekanntlich ihren Job beim ORF-Landkrimi verloren, weil sie sich weigerte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Seither liegt ihre Karriere bis auf wenige Engagements auf Eis. Nun brauchen sie und ihre Kinder finanzielle Hilfe, wie sie in einem Instagram-Posting kundtut. Viele von euch sehen in mir eine mutige und starke Frau, das bin ich. Gleichzeitig bin ich seit geraumer Zeit ziemlich am Ende meiner Kraft. Die letzten Jahre sind nicht spurlos an mir vorübergegangen, schreibt Herzig und erklärt in ihrem langen Posting, dass sie seit 2021 nur noch an einigen wenigen Projekten für den Privatsender ServusTV beteiligt gewesen sei. Natürlich habe sie in den vergangenen Jahren versucht, auf andere Weise Geld zu verdienen. Dies sei aber zu wenig gewesen, um davon mit meinen Kindern leben zu können. Ich bin in die Knie gegangen, ich muss mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Es fällt mir nicht leicht, um Hilfe zu bitten, mich so zu zeigen, gibt die Schauspielerin offen zu und verweist in diesem Zusammenhang auf mögliche bösartige Reaktionen, mit denen sie rechne. Dennoch bittet sie um Spenden, um bald wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Um Helfern die Sache zu erleichtern, führt Herzig sogar ihre Kontodaten an. Ihre Sorge vor bösartigen Kommentaren war übrigens berechtigt, denn zahlreiche Kommentare fordern die 21-Jährige auf, sich doch eine Arbeit zu suchen, auch außerhalb des Fernseh- und Radiobereichs. So meint eine Followerin. Wie wäre es mal beim AMS anmelden oder mal putzen gehen? Eine andere Userin warnt gutmütige Menschen davor, sich ausnutzen zu lassen. Herzig hatte am Höhepunkt der Corona-Pandemie mit ihren impfkritischen Haltungen für Aufsehen in der Öffentlichkeit gesorgt. Sie hatte aber auch zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer in der Künstler- und der Sportler-Szene, darunter Schauspielerin Nina Proll, Opernsängerin Elisabeth Kuhlmann oder der ehemalige nordische Kombinierer Felix Gottwald.